Brat Pitt ist wieder verliebt, seine Freunde plaudern aus dem Liebesnähkästchen. Wie sehr hat man es Brat Pitt gewünscht, der Hollywood-Star ist berichtend zufolge schwer verliebt. Wie sehr es mit Professor Neri Oxman ihm angetan haben soll, verraten Freunde. Wie schön für ihn, Brat Pitt, 54, soll endlich wieder richtig glücklich sein. Nachdem ihn die Trennung von seiner Ex-Partnerin Angelina Lolie, 42, sehr mitgenommen hat und er seine Kinder nicht mehr so oft wie früher sieht, liegen schwere Zeiten hinter dem Hollywood-Star. Brat Pitt, zu glücklich mit Neri Oxman. Doch nach all den Tränen und dem Trübsal soll der Schauspieler, Fight Club, endlich wieder neuen Mut gefasst haben und wieder so richtig positiv sein. Der Grund, eine neue Frau. Neri Oxman heißt die preisgekrönte Architektin und Professorin an der mit Medialab in Cambridge, Masaru sitzt. Sie soll Brat amerikanischen Mädels zufolge den Kopf verdreht haben, er soll schon bei ihr daheim ein- und ausgehen. Freunde plaudern aus Details aus. Nun ließen sich angebliche Freunde dazu hinreißen, von Brats neuer Beziehung gegenüber, Oswitli, zu schwärmen. Seine neue Liebe gebe dem Leinwandliebling endlich wieder neuen Auftrieb. Wenn er in ihrer Nähe ist, strahlt er, so die anonyme Flautertasche. Brat und Neri haben eine große Gemeinsamkeit, ihr Interesse an Anterieur. Design ist ihr Spezialgebiet, also verwundert es nicht, wieso Brat sie anziehend findet. Neri ist voller Leidenschaft, extrem klug und eine talentierte Frau. Sie ist sehr extrovertiert, offen, lebhaft und einfach lebenswert. So toll ist Neri Oxman. Blind, als wäre Neri Oxman ein richtiger Vollpreffer. Laut Insiedern ist sie das auch wirklich. Nicht nur Brat-Bits männlichen Kumpels sollen von seiner neuen Begeisterte sein, auch seine weiblichen Freunde finden sie angeblich großartig. Männer und Frauen lieben Neri einfach. Sie hat so eine besondere Art, einem das Gefühl zu vermitteln, dass man die einzige Person in einem Raum voller Menschen ist. In ihres Näher zu sein ist so berauschend, als ob man über den Bergen fliegen würde, soll so ein Insider weiter. Scheint, als hätte der Darsteller seine Freunde mit Neri Oxman absolut überzeugt, ob Angelina Loli und die Kinder von Brat-Bits sie genauso ins Herz schließen werden.